Im frühen 20. Jahrhundert wurde Zitronentee in großen Firmen zubereitet. Meist wurden dort Ledige und Kinder unter miserablen Bedingungen zur Arbeit gezwungen. Aber zum Glück sind die harten Zeiten vorbei, heute ist das alles viel einfacher. Das ist Mr. T, das mit Abstand fortschrittlichste Erbe der Industrialisierung. Was früher noch durch harte Arbeit per Hand geschafft werden musste, geht heutzutage völlig automatisch per Knopfdruck. Zuerst schließt man den Strom an, dann das Wasser und am Ende befüllt man den Tank und Mr. T ist bereit für den Betrieb. Einmal drücken, dann kommt ein Glas Eistee. Wenn man zweimal drückt, dann kommt ein Glas Wasser. Und wenn man länger auf dem Knopf bleibt, dann könnte man sich eimerweise eindecken. Die Stärke des Tees kann man per Sprache mit Siri ändern. Entweder als leichte Mische für den Brand des Todes oder zähflüssig, wenn man mal wieder komplett unterzuckert ist. Realisiert habe ich das Ganze wie immer mit einem D1 Mini. Dazu braucht man noch einen Relais, einen Ventil, einen Motor, ein bisschen... ...ein bisschen Kot und fertig ist der Homekit-fähige Smart Home Eisteespender. 1000 Ketten sowie Mr. T, ja, wir müssen scheinen, wir müssen scheinen.